S8S5 nach Hagen Hauptbahnhof Nächste Station Düsseldorf-Flingern Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Düsseldorf-Gerrisheim Richtung Mettmann bitte in die Linie S28 umsteigen. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächste Station Ergrat Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Hochdal Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Hochdal-Millrad Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Grüten Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Wuppertal-Vorwinkel Richtung Essen und Bottrop bitte in die Linie S9 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Wuppertal-Sonnborn Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Wuppertal-Zoologischer Garten Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Wuppertal-Steinbeck Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächste Station Wuppertal-Hauptbahnhof Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links